Genau, Tiny, jetzt wird das ernst. Du bin nicht unten gelandet. Und ich dachte, dass die am Dach ist. Battle Royale, das Gas meint schnell in die Sicherheitszone. Vielleicht sollte man das nur machen aufs Dach, wenn wir es beide dort hinschaffen. Du musst immer schauen, wo ist der Auftrag, weißt du? Wenn am Dach ist, dann sprich aufs Dach, logisch. Was? Gut, ich war zu weit oben, dass ich gesehen hätte, wo der ist. Na gut, dann bist du aber schon falsch angeflogen, weißt du, was? Ich dachte, dass das Ziel ist, meistens am Dach zu landen, weil du dort auch gleich Waffen usw. Na, wenn du dann einen Auftrag annimmst, und das Loopmonster ist halt ein besonderer Auftrag, und dort immer welche hin, ist natürlich auch wichtig, dass welche zuerst die Lupe hat. Da kommt noch einer runter. Ja, auf der Lupe. Lupe ist halt der beliebteste Auftrag. Ach so, okay, dann vielleicht sichern das nächste Mal. Der Feind springt über dem Gebiet. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Was bist du? Ich bin das. Aber ich habe noch keine Waffe. Aber ich bin da. Okay. So, wir sind gut. Machen wir mal einen guten Start. Vorratskiste bereit für die Abholung. Okay, nur Pistols leider. Zum Beispiel Hafen ist generell nicht so der gute Loot-Spot. Ich dachte, weil da auch Gebäude sind. Da zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so der Top-Loot-Spot. Es kommt ja nicht nur auf die Location an. Du siehst hier, du hast alles oben gefehlt. Was soll ich sagen? Das war dann vielleicht keine gute Idee. Naja, du solltest sagen. Klar kann man hinspringen. Ich bevorzug es halt nicht, hierher zu springen. Nein. Fail. Klar gibt es doch hier wahrscheinlich Loot. Ja, Loot gibt es überall. Aber man muss auch mit der Umgebung immer abstimmen, weißt du? Ja. Ja. Zum Beispiel, jetzt ist der Kreis in Downdown. Das heißt, wir müssen nach Downdown rüber. Und Downdown könnten natürlich nicht davon abdecken. Aber wir müssen über den Kanal rüber. Ja. Das heißt, das ist schon die erste Hürde quasi. Ja. Ja. Nächstes Ziel entdeckt. Okay, jetzt geht mal einer bitte. Das Glas breitet sich aus. Das ist ein Geschiss seines Ziel. Hast du dort schon gelootet? Ich weiß gar nicht. Aber nur so schnell durch. Ich gehe zum Buskel, ich schwind runter. Weiter. Wieso komme ich da nicht rein? 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 Los, alle Mann in die Sicherheitszone! Was ist das für ein Park, Alter? Na, Alter. Scheiße. Nein. Ah, ich bin drin. Okay. Ich frage mich nicht, wie hier war. Oh, egal. Was hast du gesagt? Egal, hab's aber drin. Ja. Hast du alles genommen? Ja. Ich kann die Panzerplatten stoppen. Ja. Ja. Das machen wir dann drin. Da ist auch eine Kiste drin. Ein bisschen Geld warm, aber... No, das. Okay, jetzt hat man genug. Und wenn wir Swaps tue, nicht davon. Ja. Warte, ich droppe dir auch Panzerplatten. Da ist ein Auto irgendwo. Also ein Jeep unter uns. Komm, da findest du oder was? Nein, der steht da. Achso. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung! Feindliche Drohne über uns! Dann gibst du aufs Dach? Okay. Mhm. Sieht keiner den auch. Ah, doch, ein bisschen. Ja gut, das... Oben sehen sie es. Oben sehen sie auch die Kiste runterfliegen. Aber unten sieht's keiner. Dann können sie über die Straße gehen. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir da rüber und nehmen den dann gleich mit. Ich habe hier was gefunden. Falls jemand das braucht. Okay. Ich komme kurz runter. Auto kommt hinter uns. Bist du im Haus drin? Was? Nein, ich war unten. Hab ich gesagt. Ja, das Auto hört man. Ich sehe sie dort, glaube ich. Ja, dort hinten sind sie gelaufen. Ich glaube, sie ist aufgestiegen. Markiert, ich gehe! Ich finde das dumm, dass das Markieren oft... ...so schlecht liegt. Dass man das während dem Laufen nicht machen kann. Ich gehe von links, äh von rechts. War das nur einer, glaube ich? Ich glaube, ja. Ja gut, dann... Ist er schon oben. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Kopfgeld-Ziel markiert. Ausschalten. Oh, der kommt, glaube ich, sein Hauberer. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ja. Hast du Gas schon? Nein. Okay, gut. Ich gas erst noch? Ja. Geht schon? Der legt sie offen weiter. Alles gut. Ich fahre. Ich fahre. Okay, du musst fahren. Ich fahre. Pass bloß an. Die Fahrradunterstützung mit. Rücke vor. Wohin? Wo hast du markiert jetzt? Scheint nicht. Der Händler ist hier. Vielleicht hat er was gebraucht. Ja. Also fahren musst du lernen. Ja. Hier drüben ist dein Fahrzeug. Speed getroffen. Das ist extrem kompliziert. Ich wollte dem ausweichen. Ja, fahre einfach auf die Straße. Aber du bist dich schon vorher falsch dran. Fahr gerade weiter. Fahr gerade weiter. Einfach gerade durch. Da warst du den Neboote auf einmal. Ist markiert. Ich erledige das. Da war anscheinend noch keiner. Feindliche Drohne über uns! Da ist die Tür offen. Da war eine Kiste noch. Aber trotzdem ist die Tür offen. Okay. Oder wir gehen auf das Gebäude. Rücke vor. Das wäre noch fair. Die Zeit ist um. Auftrag abbrechen. Hast du Clem und so mit? Ja. Das wäre auch nice vielleicht. Gut. Wo soll ich platzieren? Da drinnen nur. Aber da sind sie ja, wenn man raufkommt, oder? Ja gut, aber sonst können sie reinkommen und die Clem einfach ausspielen. Nein. Was ist, wenn ich hier außen setze? Okay. Ich zeig dir was. Ja. Ah, da kann man da rüber. Okay. Und du bist dann ausgespielt. Weißt du? Setze Claymore ein! So wurde der Dominik heute geholt, weil er das auch macht. Der Dominik ist da gesessen. Setze Claymore ein! Er hat gewartet. Genau, das ist gut. Das erkennen wir nicht so leicht. Mhm. Ja, passt. Geht zu. Und jetzt auf Fahrrad. Andere Seite haben wir im Blick. Brauchst du zwei? Ich hab zwei. Feindliche Drohne über uns! Okay. Setze Claymore ein! Da sehen sie den Strahl aber wahrscheinlich. Ist doch wurscht. Feindliche Drohne über uns! Da müssen sie draufstehen oder irgendwas. Dann hören wir dann wieder. Setze Claymore ein! Aber jetzt geht nur quasi als Alarm. Mhm. Ich hoffe nur, dass der Kreis so bleibt. Also zu unseren Gunsten. Glaub ich nicht. Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Holger. Gut. Ich nehm die Clemos dann wieder mit, oder? Ja. Gehen wir jetzt weiterschauen oder warten wir noch? Ich würde gleich das Auto wieder umnehmen und weiterfahren. Feindliche Drohne über uns! Gut, dass wir Geist haben. Okay. Okay. Feindliche Drohne über uns! Ich fahre. Pass bloß auf! Ich fahre mit! Rücker vor! So schon. Fein! Also ich fahre wieder, okay? Ja, kann ich fahren. Sonst würde ich eh fahren. Achso, wieso das? Weil ich die Tweaker-Stops drin hab. Weil du was hast? Die Tweaker-Stops. Ah. Das Gas kommt! Das Gas kommt! Hab dich! Scheiße, Mann! Das war ja doch mal der gratisste Fahrspiel, den ich jemals gehabt hab. Was war? Das war das beste Tod einer, den ich jemals gemacht hab. Feindliches Team, verfolgt deine Position! Ich hab dir jetzt auch eine Uhr niedergeführt. Na ja, sag ich ja. Ich hab ihn gelockt und du hast den Abend rüberfahren. Hab nicht bestätigt, es ist nur gestanden. Das ist zwar urfies, aber... Ich bin auch schon weg. Wo? Da. Ich würde sagen, wir gehen in den Basketball. Okay, hier rein! Wow! Feindlicher Reaktionsluftschlag! In Deckung! Er hört mir nicht zu. Bitte? Ich hab dir gesagt, da ist schon mehr. Ja eh. Aber ich dachte nicht so nach. Setze Claymore ein! Mach Spieleaufgänge, Claymore. Ich hab unten eine jetzt gesetzt, doch. Nein, unten ist blöd. Da gibt's 15 Eingänge unten. Ich bin die easy aus. Mach alle oben. Eine direkt da am Anfang und eine dann da zu stellen. Halbliche Drohne über uns! Setze Claymore ein! Sie kommen schon. Flogschlag! Du hast da auch keine Betäubungskanade! Tschü, tschü! Waren das es jetzt beide? Ich? Und weißt du was? ich war ja der erste klima reingelaufen aber er hat ja ausgelöst das macht ein knall ich bin durchs fenster hinten raus und bin hinter ihnen wieder rein und ich habe auch schon gut sind alle wieder was und das genial ist dieses ausspielen wasser ich bin einfach daraus tut was du und bin hinter ihnen wieder rein schaut dass man keine klima nachkriegen ich glaube das ist eine tür aufgeben ich glaube nicht liegen sind ganz schlecht das gas kommt näher lege nicht genug ist nicht so ja wenn ich jetzt push mache ich den hier und bin so und jetzt zieh mich an und jetzt bist du mir jetzt habe ich schon auskühlen irgendwas genau das ist das haus aber ich habe gesehen das macht ja auch nur ist gerade nur die tür so aufmacht vielleicht das klingt ziemlich nah dass da oben am berg du bist sicher und dann kann ich verfolge also ich will dich jetzt verbündeter cluster schlag nähert sich der feind springt über dem gebiet das gas kommt ob es unterküpft wir sind in der zone also macht euch bereit für angriffe ok gehst du die ganze zeit über mir ja sorry ok ich habe auch schritt irgendwo außer das sind deine ja das weiß ich ja nicht doch da habe ich gehört sagst du nicht so ich mich bewegen kann ja wenn du beim fenster schießt hast du dich schon ein bisschen bewegen ja was habe ich hast du den getötet der gelandet ist da nein mit denen habe ich eigentlich aufgepasst weil das ist einer der hat im guldag gewonnen wow jetzt war es anscheinlich in bewegung nicht gut genug auf die reine gehen wir ist das beide gut wie viel hatte ich schon vorher gesehen na wann war einer das ist da der gewandert ist aber ich habe ihn überhaupt nicht gesehen ich habe geschaut wo er sein könnte na die schauen nur ganz kurz die beobachten das fenster sehen dich und wissen du bist in dem fenster und dann warten sie auf den moment und pushen dich einfach so wie jetzt zack aber ist egal top 10 geht sich aus diesmal so so kommt oben am berg sind halt viele dort wo die bäume sind da fahrt die krone auch naja aber oben am berg sind snapper und so da musst du halt aufpassen der kolag ist abgeregelt bereich gesichert das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt einkaufswagen gibt es ja leider nicht mehr du erhältst deine ausrüstungslieferung das hat selbst eine drohne nehmen können da drüben sind noch eine ausrüstungslieferung ja wir müssen jetzt eh gleich weiter ähm ich überleg noch fahren oder nicht fahren wenn dann mit einem lkw mit einem lkw aber bei der andere raucht schon ich weiß nicht ob der 11 oder was dann komm ich fahre pass bloß auf wohin da noch drücke vor da ist es raus da ist es raus das gas kommt ich bin nicht da ach so du bist das gold oder ergesst nicht es hat sich erledigt ich hab hier was gefunden also jemand das braucht da ist einer ich bin nicht tot da war einer deswegen ja ja zwei zeich und da raus Und da rein. Machen wir die Tür zu. Sorry. Hast du einen Bunker? Ja. Ja. Das ist sicher nicht die ganze Zeit bewegt. Aber sonst fahren wir die Gegend nicht mehr weg. Wenn ich... Hundesund! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheit! Das ist auch wieder nicht in Bewegung. Mit Schwerbewegungen und Zielen. Naja, aber dann ist halt das, was du aufpassen musst. Weil der braucht dir nur zwei mal den Kopf schießen und das weg. Ja. Und im Liegen schießt er dich dann noch eher weg. Dann kann ich dir nicht immer helfen. Hörst du den? Wir sind nicht die Ersten hier! Es sind nur noch 10! Du kannst das schaffen! Ja. Du verlierst dann Boden! Und da oben haben wir halt die Rückkehrposition jetzt. Ja. Wir sind im Kreis. Macht euch bereit für den Kampf! Und ich sehe sie aber nicht. Nein, ist ja gut. Jetzt lassen wir mal den Kreis kommen und sagen, was der Kreis sagt. Jetzt müssen sie hier runter. Wirklich, wenn der Kreis zu uns wandert. Ja. Über uns oder hinter uns. Bei der Notfall ist er knusst seine Gasmaske. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Oben am Berg sind wir da. Das heißt wir warten noch. Wir warten ab. Es sind noch vier andere. Das ist die zwei, der ober uns oder näher in uns geht. Und wir zwei. Du verlierst deinen Boden. Wenn du raus rennst, rennst du dann gleich nach rechts, ok? Nach rechts, ok. Geht schon. Ich habe sie alarmiert. Wow. Bring es zu Ende. Zwei, zwei Stück. Wo? Rechts, rechts. Ok. Sorry. Ja, ich bin auch tot. Sorry. Weniger als fünf waren noch auf den Wald. Sorry. Nein. So, ich bin später hier raus. So, ich bin später hier raus. Ich bin später raus, ich bin später raus. Oh, ja.